Freunde, wir stecken in der kleinen Weltdorf zum Glück gibt's Brettspiele. Herzlich Willkommen. Servus Maria. Hi Markus. Heute gibt es ein kleines Partyspielchen und das wollen wir uns anschauen und das ist relativ simple erklärt. Deswegen wollen wir das alles in einem Guss machen. Also lehnt euch zurück und lauscht unseren Engelsgleichstimmen. Genau. Was haben wir da? The Numbers. The Number. Nichts mehr. Einzahl. Für drei bis fünf Spieler dauert in etwa 15 Minuten und ab acht Jahren. Was machen wir da? Wir wollen drei, also Nummer einschreiben mit drei Zahlen, die behinderte drei Zahlen und dann müssen sie es ausstreichen und dann schauen, wie wir Punkte bekommen. Genau. Das Ganze ist von Repos Production. Die haben sich in den letzten Jahren durchaus einen sehr guten Namen gemacht im Bereich der Partyspiele, haben auch etliche Preise abgesahnt, sei es für Just One oder für SoClever. Fun Facts war quasi der Titel vom letzten Jahr. Und jetzt haben sie mit dem Number doch etwas, das ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ein bisschen ein Glücksspiel, ein Bluffing, sehr trocken ein bisschen, muss man sagen. Und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt gleich live an. Wie schon gesagt, ich übernehme, wenn ich darf. Bitte, bitte, bitte. Du kannst es besser. Du darfst mich gerne ein bisschen unterstützen. Es ist auch wirklich super simpel erklärt. Jeder bekommt so ein Tableau, wo man drei Zahlen draufschreiben kann. Ja, die Rückseite ist dabei noch irrelevant. Da vorne sind die Zahlen. Das beginnt man einfach schon. Wir haben hier so einen Stift, die alle funktionieren. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Und dann schreibt man drei Zahlen drauf. Zum Beispiel. Ich schreibe eine Zahl, er soll das nicht sehen. Dann schauen wir mal, was passiert. Also eine Zahl von 0 bis 9. Genau. Und das sind insgesamt drei Zahlen, das heißt von 0, 0, 0 bis 999. Das macht jeder blind und dann deckt man das auf. Ja, ich sehe das jetzt nicht, was du geschrieben hast. 432. Ich habe 712. So, jetzt sortiert man das von oben nach unten, wobei oben die höchste Zahl ist und weiter darunter die anderen Zahlen. Das heißt, wir haben 712 ist natürlich höher als 432. Das heißt, somit bin ich mal an der Pole Position. Jetzt schaut man aber, ob eine meiner Zahlen darunter schon mal vorkam. Wenn dem so ist, bin ich disqualifiziert in dieser Runde. Die 7 ist super, die 1 passt, die 2 allerdings hat die Maria auch geschrieben. Das heißt, ich bin weg. Und somit ist sie die Nummer 1. Und man schaut dann weiter. Wenn das geschehen ist, bekommt jeder, der jetzt noch am Tisch ist, Punkte. Der, der als letzter ist, der die kleinste Zahl geschrieben hat, der ist sowieso am Tisch. Die davor können ebenfalls am Tisch sein, wenn ihre Zahl darunter nicht vorkam. Und dann kriegt man Punkte. Welche Punkte kriegt man? Man kriegt einmal immer die erste Zahl. Das heißt, in dem Fall, die 4. Die Maria hat einmal 4 Punkte. Ich hätte 7 gehabt. Wenn, ne? Hättest du. Zusätzlich, wenn man die höchste Zahl in dieser Runde hat, also in dem Fall wäre das die Maria mit 4, bekommt sie noch einmal Punkte von der jeweiligen Runde. Also das war die erste Runde, macht sie 5 Punkte. Wäre das die letzte Runde, würde die erste Zahl verdoppelt werden. Das heißt, es wären 8 Punkte. Plus die höchste Zahl, ne? Wären 13. Klingt sehr kompliziert, ist es nicht. Ist es gar nicht. Jetzt ist es aber so. Ich bin disqualifiziert. Ich habe jetzt keine Punkte bekommen. Aber die Maria muss jetzt alle Zahlen, die sie in dieser Runde benutzt hat, wegstreichen. Das heißt, ich streiche 4 aus, 3 und 2 raus. Das bedeutet, für den Rest des Spiels darf sie diese Zahlen nicht mehr verwenden. Und das ist doch eine offene Information. Das heißt, für die anderen Spieler, die können dann schon ein bisschen abschätzen, okay, pass auf, 4, 3, 2 kann sie nicht mehr, es hat noch die hohen Zahlen. Da kommt das Blöffel ins Spiel. Da kommt das Versuchen herauszufinden, was sie spielen würde. Man spielt dann die nächste Runde. Man schreibt wieder eine Zahl rein. Ja, das kann aber auch 999 sein eben. Ja. Oder 777, was auch immer. Wenn man das so macht mit 999 oder 777, hat es natürlich den Vorteil, dass man nur eine Zahl verliert für die nächsten Runden. Aber das hat natürlich auch den Vorteil, dass man, ich sag mal, es sind nicht drei Zahlen, die einem erwischen können, sondern nur eine. Ja, also das hat alles ein 400 wieder. Und da spielt man eben dann die Runden durch und am Ende zählt man die Punkte zusammen. Ja. Und wer dann die meisten Punkte hat, ist der Gewinner von der Number. Yes, gut erklärt. Ja, vielen Dank. Wir haben es verstanden. Tschau. Na schau. Manchmal hört man gerne ein Lob. Ja. Nun, apropos Lob. Kommen wir mal zu dem Spiel selbst. Genau. Die Verpackung selber, das Aussehen, finde ich auch ganz gut. Ich finde es sehr toll, dass Sie hier diese Kästchen, die haben Sie ein bisschen so, wie kann man es sagen? Ausgestanden, erhoben oder runtergebracht. Also. Gegenteil von erhoben. Ja, genau. Erniedrig. Erniedrig. Nein. Nein. Auf alle Fälle, das rundherum ist erhoben, somit hast du hier so kleine Einsparungen. Einsparungen. Das bedeutet nämlich, weil wenn ich die Zahlen da drauf schreibe und dann am Tisch lege, sind die Zahlen geschützt. Das heißt, wenn ich dann reibe, unabsichtlich reibe, geht die nicht weg. Also Produktion, muss man sagen, ist gut. Ist gut, ja. Die Stifte, Gott sei Dank, funktionieren alle. Ja, das passt alles. Weil wir haben so ein Unglück. Ja, ja. Also man hat auf uns gehört. Na schau. Wir haben durchaus Einfluss. Wir entscheiden, was im Business passiert. Zum Spiel selbst. Es ist eine gute Idee, aber dieses Gefühl von ja cool oder ja spaßig, kommt halt nicht. Ja. Also wenn man das als Partyspiel bewerben würde, ja, dann würde ich sagen, es ist für mich kein Partyspiel. Ja. Wenn man das als Fehler bewähren würde, dann würde ich sagen, ja, ist cool, ja. Aber trotzdem ist es irgendwie so, weil diese Meta-Ebene ist für mich einfach zu stark und zu zu Tinky und zu was macht er und was soll ich. Also man darf nicht einfach so blöd die Zahlen hinschreiben. Man muss schon nachdenken, was man macht und das muss man gut machen. Und dann ist es für mich zu Tinky, zu nachdenklich. Ja. Für mich, man muss dazu sagen, ich bin nun mal Hobbyist. Ich bin in dem Hobby drinnen. Ich kenne die Titel von Rebirth Production. Das trifft natürlich nicht auf jeden zu. Aber ich kann halt nur für mich sprechen und versuchen zu verstehen, wie das für andere ist. Für mich, ich kenne nun einmal Just One und ich kenne es so clever und die finde ich um Welten besser. Ja. Um Welten. Das hier ist für mich eher eine Art Aktivität, eine nette Idee, wo es ein Spiel vielleicht gar nicht gebraucht hätte, weil das kann man auch mit einem Zettel machen und mit einer Schrift. Ja. Und das ist für mich eher, geht eher in die Richtung von The Mind oder The Game, The Number. Es ist sogar irgendwie von der Titelgebung her geht es in die Richtung. Das sind für mich Aktivitäten, die durchaus ihre Belächtigung haben. Ich meine auch The Game, wo der ja Spiel des Jahres oder der Köln spielt des Jahres. Ja. Und The Mind hat Erfolg gehabt für bestimmte Leute. Und für diese bestimmten Leute wird auch dieses Spiel sicher toll sein. Genau. Und das wollte ich auch sagen. Es ist für bestimmte Gruppen ist es sehr geeignet, wenn man zum Beispiel, es gibt Leute, die Partyspiele nicht sehr mögen. Ja. Trotzdem aber in eine Gruppe spielen möchten und dabei diese bisschen diese Interaktion haben möchten. Für die ist es super. Also für ein Party, wo man halt Leute haben, die eher ruhiger sind, eher kalmer. Also eher wirklich ruhiger. Ja. Ein bisschen ruhiger. Für die ist es perfekt. Ja. Für die, wenn man das denen hinlegt und kommt, wir haben was nachdenkliches und du musst jetzt, du wirst dich auch clever fühlen. Weil das bringt das Spiel. Wenn man das gewinnt, dann fühlt man sich clever. Wenn man verliert, dann denkt man sich, ach, wieso? Ja, aber man fühlt sich nicht so clever. Nein. Was man aber schon sagen muss, es ist eine Aktivität, die für mich einfach zu wenig bietet. Da gibt es für mich andere Spiele und das muss sich nun mal mit anderen Spielen auch vergleichen lassen. Denn wenn ich jetzt einen Absacker suche oder wenn ich jetzt einfach, okay, pass auf, wir haben jetzt da einen Brecher gespielt, jetzt spielen wir als größere Gruppe ein Spiel. Größere, das sind fünf Leute maximal und da wird schon sehr chaotisch. Da gibt es für mich einfach Titel, die viel, viel besser sind. Du hast die Meta-Ebene angesprochen und die existiert natürlich und sowohl. Wenn ich merke, dass die Maria immer gerne nur eine Zahl verwendet, dann kann ich damit was anfangen. Oder wenn ich merke, dass die Maria mit kleinen Zahlen beginnt und gegen Ende dann die großen Zahlen rausholt, aber nicht unbedingt die ganz großen, dann weiß ich, wie sie tickt. Genau. Und wenn sie aber merkt, dass ich weiß, wie sie tickt, kann sie das dann auch adaptieren. Das heißt, es ist schon eine Ebene da, die mag reizvoll sein, für mich ist es zu wenig. Ja, also für mich ist es dann wieder zu viel. Weil ich bin halt ein direkter Mensch, ich spiele so wie ich spiele und dann denke ich immer, also er weiß das, aber was soll ich jetzt dagegen machen? Soll ich jetzt das umändern und wie soll ich das umändern? Und dann wird das für mich zu viel für das kleine Spiel. Ja, was halt auch ist und das ist halt dann mein letzter Punkt, der für mich dann einfach nicht mehr spaßig ist. Viele Dinge sind dann einfach schon aus dem Kontext einfach logisch. Wenn das die letzte Runde ist und ich habe meine 7 schon verwendet und die Maria hat ihre 7 schon verwendet, dann wird der Tim, weil er das 7 hat, die 7 nehmen und zwar an erster Stelle. Weil er kriegt dann doppelte Punkte. Wenn wir vielleicht zum Beispiel die 8 und 9 auch schon verwendet haben, dann weiß er, es kann ihm nichts mehr passieren. Er nimmt dann idealerweise 7, 7, 7, weil das ist einfach perfekt für ihn. Er kriegt dann 14 Punkte plus 5, das ist dann schon ein Wahnsinn. Und du kannst nichts dagegen tun. Und das ist jetzt nicht so, wo du sagen könntest, naja, aber vielleicht nimmt er doch die 5. Warum sollt er das tun? Er weiß, dass er damit gewinnt. Punkt. Und das passiert sehr, sehr oft. Und das ist halt dann auch etwas, was du im Vorfeld auch nicht wirklich großartig verhindern kannst. Und das mag vielleicht lustig sein, aber für mich eher nicht so. Unterm Strich. Unterm Strich habe ich ja schon gesagt, für mich ist es zu meta. Partyspiel würde ich es nicht eher einreihen. Ich würde es eher als Spieler einreihen. Partyspiel nur in dem Fall, dass die Gruppe passt. Also dann würde ich sagen, ja, kommt, spielt das, ist ein bisschen zu nachdenklich für ein Partyspiel und deswegen. Ja, ich sehe da die Zielgruppe für Leute, die einfach irgendwo sind, ein x-beliebiger Ort, sei es am Strand, sei es jetzt in einer Bar von einer Therme, sei es jetzt am Campingausflug, auf einem Festival, sei es bei einem Grillabend und man möchte für 5, 10 oder 15 Minuten, weil viel länger dauert das nicht, einfach ein kleines Spielchen im Beispiel, das sehr robust ist, das nicht viel braucht, dann ist das wahrscheinlich ideal für diese Menschen. Für mich ist es das nicht. Wenn ich an solchen Orten bin, dann spiele ich eigentlich relativ wenig und wenn, dann gibt es auch immer andere coolere Sachen für mich jetzt. Ich sehe es aus der Sicht eines Hobbyisten, da ist mit das zu wenig. Und vor allem im Hinblick auf den Publisher, wo ich wirklich immer, wenn sie ein neues Partyspiel rausbringen, bin ich wirklich begeistert. Und das sind auch Wahnsinn. Wenn man in Essen, diese Werbung, die sie machen, da erinnern, diese zwei Typen mit der Sommelos hier rum, machen nur Spaß den ganzen Tag. Einfach toll. Das spricht nicht dem Spirit von Ripus Production. Wenn ich an Ripus Production denke, dann denke ich an einen anderen Spirit und das ist dann eher schade für mich. Deswegen, wenn es nie wieder spielt, soll so sein. Es hat seine Zielgruppe. Ja, natürlich. Und für die ist es toll. Ja. Ja, aber vielleicht sind es nur wir so, vielleicht seht ihr das komplett anders, vielleicht haben wir etwas total übersehen. Kann natürlich sein. Dann schreibt uns das in die Kommentare, wie gefällt euch das Spiel? Wo kommt es bei euch gut an? In welcher Situation? Wo seht ihr da die Stärken und die Schwächen? Vielleicht teilt ihr auch unsere Meinung. Dann ist das ja auch toll. Ja. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.